E-A-Sport It's only game Meine Leute brauchen mich Willkommen zu einer weiteren Don't try to laugh challenge Ich bin mal wieder der Filter, der zwischen dem Video und euch sitzt und praktisch die Emotionen verarbeitet und euch das so ein bisschen leichter macht, die ganze Chance anzuschauen Dieses Mal werde ich, wie die letzten Male auch überhaupt nicht lachen Weil ich mir geschworen hab an meinem eigenen toten Bett, dass ich das nicht mach Here we go, E-A-Sport It's only game Why do you have to be mad? People are constantly asking me What's it like to be a sexy Es ist alles in Ordnung Have you ever had a dream that that you you had you Das ist alles gut Das kenn ich schon Lustig, aber ich kenn's leider schon Tja, ey, ich glaub heute hab ich's echt drauf Mich kann nix schocke, Alter Mich kann nix schocke Auch net das Kenn ich auch Bam Hey, I'm Ash, I'm gonna teach you how to celebrate Mother's Day What's your Sunday best? Happy Mother's Day! Jesus Hey, Scotty Jesus, man Kevin, 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 watch the light, dude Oh, Kevin! You want, you, you could do so, you, you do, you could, you, you, you want, you want him to do you so much you could do anything? Going, reverting into a depression at that point Everyone, the Fed Chairman Well, I disagree that we were going into a depression, but go ahead Do you have a degree in economics? Yes, ma'am, I do, highest honors Okay, so Ich hab nur kurz ausgeatmet Hektisch Was? Mietz, was machst du? Nein! Meine Leute brauchen mich On all levels except physical I am a wolf I like running through white people's neighborhoods with my shirt off Haha, I'm gonna steal all your stuff Hahaha 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 Wer lacht denn da zum dreckig im Hintergrund direkt wieder? Ist das die Mutter? Wahrscheinlich Hahaha 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 Das war jetzt aber nicht echt, oder? Das hab ich davon hier gesagt Das war jetzt aber nicht echt, oder? Der Hund erschrickt auch voll, oder? Das ist doch jetzt nicht... Ist das jetzt echt, oder? Ach, das kennen wir doch schon! Richard! Das hat doch gar keinen Sinn gemacht Hahaha 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 Geh, Panchino, mach dir eine Kursche. Wie ist es noch, Panchino? Pancho? Pancho? Are you alive? Oh, das ist so wimpy. Come on, gib it all you got. Go! Oh, mein Gott! Oh, das ist so wimpy. Come on, gib it all you got. Go! Waaaaaah! Hey. Oh nein. Hey! Hey! Boah, sprechende Tiere sind schon echt... Tiere sind für mich generell immer ein bisschen schwierig. Da muss ich... Die treiben mir doch eher mein Loch aufs Gesicht. Das kannte ich schon. It's summer. I got my hat on backwards and it's time to fucking party. Sowas wirkt immer extrem gestellt. Also so diese Sachen. Ne, ne, ne. Oh. Ich weiß nicht, ne? Ich weiß nicht. Party. Ah. It's summer. I got my hat on backwards and it's time to fucking party. Okay. Komm. Hey guys, Drifter here. Just playing a little bit of DayZ. For once I got lucky and spawned close to something that appears to be used. Darüber kann ich wirklich nicht lachen. Big Boy und ich haben schon so oft damals von Sniper auf die Nase bekommen. Also wirklich genau so. Man steht vor einem Auto, ja. Das funktioniert. Und wird dann weggebumst von irgendeinem Sniper, der auf einer anderen Map hockt. Der Counter-Strike spielt. So. Du musst so sein wie die Katze. Fickt euch. Fickt euch hart. Every time you yell at your kids, put a quarter in your no yelling sock and soon you'll have a weapon to beat. So eine Waffe ist schon nicht schlecht, ne? So.